Wie ist es, den dicken Frommen? Jesus, Marian Josef. Das ist aber gelungen. Und wo ist ihm denn das passiert, dem Herrn Erzherzog? In Sarajevo haben sie mit einem Revolver niedergeschossen. Er ist dort mit seiner Erzherzogin im Automobil gefahren. Das schau her, im Automobil, Frau Müller. Und noch dazu in Sarajevo, das ist in Bosnien, Frau Müller. Ich weiß es. Das haben sicher die Türken gemacht. Wieso die Türken? Wir hätten ihnen halt das Bosnien und Herzegowina nicht wegnehmen sollen. Also, Frau Müller, der Herr Erzherzog ruht also schon in Gottes Schoß. Hat er sich lange geplagt? Er war gleich weg. Ich möchte wetten, Frau Müller, dass Sie der Mann, der das gemacht hat, dazu schön angezogen haben. Das waren sicherlich mehrere. Versteht sich doch vor selber, Frau Müller. Wenn Sie einen Erzherzog oder den Kaiser erschlagen möchten, dann möchten Sie sich auch mit jemandem beraten. Der eine rett das, der andere wieder was anderes. Und so wird das Schwerste leicht vollbracht, wie es in unserer Volkshymne heißt. Die Hauptsache ist, den Moment abzupassen, wenn so ein hoher Herr vorüber geht. Wie zum Beispiel, wenn Sie sich noch an den Herrn Lukeni erinnern möchten, der was unsere selige Elisabeth mit der Pfeile erstochen hat. Dabei ist sie nur spazieren gegangen. Seit der Zeit geht keine Kaiserin mehr spazieren. Und dasselbe Schicksal wartet noch auf viele Leute. Sie werden sehen, Frau Müller, dass auch noch der Zar und die Zarin an die Reihe kommen möchten und dass Gott verhüten mag, unser Kaiser. Wenn Sie schon seine Neffen abgemurkst haben, Frau Müller, heizutage Schöndinge, das ist wieder ein Verlust für Österreich. Ein riesiger Verlust.